Hallo verehrte Demo-Teilnehmer, das bedeutet immer drei Personen nebeneinander mit einem Abstand von zwei Metern, wenn wir laufen. Da würde ich bitten, dass ich links und rechts von dem Block ist dann jeweils immer für 50 Personen öffnet diese Demonstration, diese Versammlung mit der Verlesung der Versammlungsordnung. Wir halten hier eine friedliche Versammlung, friedliche Demo ab, von uns geht keinerlei Gefahr aus. Um unser Tun ernst zu nehmen, ist der Konsum von Alkohol während der gesamten Veranstaltung untersagt. Dann kommen wir jetzt zum Abstandsgebot, Abstandsgebot Nummer eins, die Versammlungsteilnehmer haben während der Versammlung und während des Demo-Zuges stationär voneinander einen Abstand von jeweils 1,5 Meter zu halten und während des Zuges, während wir am Laufen sind, erweitert sich dieser Mindestabstand auf 2 Meter. Der Mindestabstand ist in alle Richtungen einzuhalten, also nach vorne, nach hinten, links und rechts. Während der Versammlung ist ausreichend Desinfektionsmittel vorzuhalten, um beispielsweise Aufbauten, Hände, Versammlungsmittel etc. regelmäßig desinfizieren zu können. Annen! resso. ßel Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020